Ja, auf Wiedersehen, ciao. Ja, könntest du ihm vielleicht die nächsten reinschicken? Perfekt. So, hey, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist. Freut uns auf jeden Fall. Wieso bist du denn heute hier? Okay, verstehe ich. Also, dir müssen heute einfach ein paar Zähne gezogen werden. Was hat es denn für einen Grund gehabt? Also, hattest du dich einfach blöd verletzt? Oder bist du hingefallen auf die Zähne? Wie ist das zustande gekommen? Okay, ja, das ist natürlich mega blöd. Ich kann dir auf jeden Fall versprechen, dass es bei mir eher entspannt und nicht wehtut. Ich mach das ein bisschen auf meine Art. Das wirst du so wahrscheinlich noch nicht kennen. Wurde dir schon mal ein Zahn gezogen? Wurde dir noch nicht? Okay, aber wirklich, das ist keinesfalls schlimm. Eine Frage hätte ich davor. Möchtest du denn irgendwie ein Schmerzmittel oder sowas? Oder denkst du, du kannst dir Schmerzen aushalten? Wobei ich sagen muss, dass da eigentlich nicht viele Schmerzen da sind. Aber es gibt ja Leute, die sowas eher nicht mögen. Okay, du bist tapfer und nimmst keine. Okay, dann würde ich sagen, wir starten wir gleich. Okay, ich schau mir eben noch im Programm noch ein paar Sachen an von dir. Und dann können wir eigentlich los starten. Ich hab hier einmal das hier. Also, du fragst dich vielleicht, was das ist. Das ist eine kleine Schachtel, wo ich dann deine Zähne reintun werde. Am Ende kannst du dann entscheiden, ob du, oder du kannst sie gerne am Ende mal anschauen und entscheiden, ob du die dann mit nach Hause nimmst oder ob wir die hier behalten sollen. Aber du kannst sie natürlich, wenn du möchtest, sehr gerne mit nach Hause nehmen und da anschauen oder wie du es möchtest. Also, das ist dir überlassen dann. Also, wie gesagt, hier ist die kleine Schachtel. Die lege ich bei mir hier hin. Ich hab hier auch schon meine Handschuhe vorbereitet. Auf jeden Fall, weil ohne Handschuhe wäre es nicht so hygienisch. Aber ja, dann bist du jetzt ready. Bist du jetzt bereit? Du bist bereit? Okay. Weißt du denn vom letzten Mal noch, wie viele Zähne dir gezogen, also wie viele Zähne ich dir rausholen muss? Weißt du das noch? Okay, schau ich dann einfach im Programm nach, okay? Weil wir haben ja alles wirklich aufgeschrieben. Aber ich werde jetzt erstmal am Anfang erstmal meine Handschuhe anziehen. Einen Moment. Erstmal meine Handschuhe anziehen. Das ist das Wichtigste erstmal hier. So. So, die blöden Handschuhe hier. So. Also, ein Handschuh habe ich schon mal an. Zack. Den anderen ziehen wir auch noch schnell an. Die hatte ich mir schon vorbereitet für dich. Und hier, das ist der andere. Okay, dann haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal hier die Handschuhe. Ich werde einen kleinen Blick erstmal in deinen Mund hineinwerfen, ja. Ich möchte dich vielleicht bitten, einmal deinen Mund so weit wie möglich zu öffnen. Zunge raus. Dass ich wirklich... Ähm, Zunge raus. Zunge hinter meine ich, dass ich alle Zähne anschauen kann. Und ja. Okay. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, wir fangen jetzt an. Einmal Mund bitte ganz weit auf. Ich will mir das nur eben mal... Mal genauer anschauen. Okay. Okay. Da hinten, wie sieht's da aus? Okay. Schauen wir hier mal. Schauen wir hier mal, wie sieht's da aus? Ich wundere nicht, du, die müssen antatschen und schauen, wie stabil die sind. Machen wir die vorne nochmal, ja. Okay. Sieht auf jeden Fall bis jetzt relativ gut aus. Nur bei einigen Zähnen merke ich schon, dass das raus muss. Weil die halt schon sehr kaputt sind. Wie der zum Beispiel. Den sehen wir hier direkt. Den sehen wir... Siehst du ihn auch? Ich hab dir an den Spiegel hingelegt. Kannst du hier gerne reinschauen. Ist ja immer neben dir so. Schauen wir hier nochmal. Okay. Ja, ich muss sagen, eigentlich bis jetzt so sind nur ein paar Zähne leider nicht so gut. Aber die müssen jetzt einfach leider gezogen werden. Da kann man leider nicht viel machen. Aber ich würde sagen, du bist ja sehr tapfer und nimmst keine Spritze oder sonstiges. Wirklich dafür einen großen Lob von mir. Sehr, sehr großer Lob. Machen nicht viele Kinder. Die meisten wollen ja immer irgendwas. Dass es nicht so weh tut. Aber bei mir, wie gesagt, tut es nicht weh. Es entspannt mega. Wir sind gleich... Es ist gleich vorbei, ja? Wir werden ein paar Zähne ziehen. Und dann passt das. Okay. Freut mich. Vertraust du mir denn? Sehr gut. Das freut mich zu hören. Gut. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt an. Einmal wieder bitte deinen Mund weit auf. Ja, noch ein bisschen weiter. Okay. Dann fangen wir an. Wir fangen jetzt hier an. Achtung. Ich wacke mal an dem bisschen. Du sagst mir, ob das dann weh tut. Merkst du das, Janne? Tut das weh? Bist du jetzt noch nicht? Okay. Dann schauen wir mal. Nehmen wir mal. Komm. Okay. Das ist gut. Okay. Haben wir auf jeden Fall. schon mal einen Zahn haben wir hier drin. Dann machen wir direkt hier nochmal den nächsten. Nehmen wir den hinten mal. Okay. Ich hab ihn. Okay. Perfekt. Ne, ich setze an. Merkst du? Zwei Zähne schon weg. Okay. Hat das weh getan? Bis jetzt noch nicht. Sehr gut. Das freut mich. Das freut mich wirklich, mich jetzt hören. Einmal die Handschuhe nochmal richtig richtig hin. Wie alt bist du denn? Wie alt bist du? Du siehst noch relativ jung aus. Das ist echt zähne. Sehr gutes Alter. Sehr gutes Alter. Okay. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Zahn. Machen wir nochmal auf der Seite. Nehmen wir den vordersten. Jeder heigt. Und hier rein. Zack. Dann machen wir nochmal auf der Seite ein. Ganz langsam. Einmal Mund auf, bitte. Dann nochmal Mund auf, Mund auf, Mund auf, Mund auf. Bisschen weiter, bitte. Perfekt. Danke dir. Dann machen wir hier. Okay. Okay. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Siehst du ihn? Nice. Und zack. Nächster Zahn. Gut. Perfekt. Willst du direkt weiter machen? Willst du nur kurz Pause oder passt alles? Alles bestabil bei dir? Okay. Perfekt. Machen wir hier weiter. Ne, bitte mal. Okay. Und hier rein. Hier rein. Perfekt. Und was ich noch vergessen habe, du kannst mich einfach Dr. Justin nennen. Hier. So kannst du mich nennen, falls du eine Frage hast oder allgemein nennen, was du den Beruf wissen möchtest. Einfach fragen, ja? Perfekt. Ich kann dir gerne sehr viel beantworten, wenn du möchtest. Falls du noch irgendwas wissen möchtest, komm einfach zu mir. Ich bin Dr. Justin. Ja? Gut. Machen wir weiter mit dem mal. Okay. Okay. Wir haben auf jeden Fall schon ein paar drin hier. Ich bin gespannt, wie du am Ende schaust, wenn du deine eigene Zähne dort siehst. Okay. Weitermachen. Wie lange es circa dauert? Es wird eigentlich gleich vorbei sein, ja? Ich will dich jetzt auch nicht zu lang aufhalten und, ja, ich will ja auch nicht, dass du irgendwie Schmerzen hast oder so. Deswegen machen wir das, bringen wir das schnell hinter uns, ja? Gut. Okay, weiter geht's. Ja. Okay. Okay. Gut. Okay. Okay. Perfekt. Dann einmal wieder bitte einmal den Mund öffnen. Du willst was trinken? Ja, ich habe dir da unten im Wasser hingelegt. Kannst du eben mal kurz deinen Mund ausspüren, wenn du möchtest? Ja. Kannst du gerne machen. Ich warte eben hier. Ich bin ganz so da. Sag einfach, wenn du noch mehr Wasser brauchst, einfach Bescheid sagen. Kannst du einfach nachfüllen? Alles gut, alles gut. Ich warte. Passt so, passt so. Brauchst du nichts mehr? Gut. Setup von Senna ist. Okay, weiter geht's. Oh, jetzt ist er weg. Nächste Zahn. Sehr schön. Der nächste Zahn. Geht schnell, ne? Hättest du nicht gedacht, oder? Und keineswegs schmerzen, oder? Keineswegs. Gut. Okay. Okay, ich fühle jetzt noch ein bisschen erstmal die Zähne wieder durch, dass ich weiß, wo ich hin muss, ne? Ich schau mir einfach an, welche noch locker sind, welche nicht. Ja. Wenn für dich etwas Unangenehmes, bitte, bitte sagen. Wirklich. Ich muss das wissen. Okay. Dann nochmal Mund auf wieder. Mund auf. Okay. Ja. Okay. Ein paar sind noch locker. Aber die meisten sind raus jetzt ja. Gut. Machen wir weiter. Ja, der war noch, war das dir oder da? Ah, der war es, okay. Okay, der Zahn ist auch draußen. Und auf der Seite habe ich noch ein bisschen was gefühlt, weil da... Ah, ja. Normal. Okay, effect. Gut, da sind schon einige Zähne drin. Okay. Gut, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Okay, nochmal. Okay, einmal wieder fühlen. Machen wir ein bisschen weiter auf, danke. Okay. Okay, okay. Sieht gut aus, wir haben noch zwei, drei Zähne noch mehr. Okay, nächste Zahn, drei Zähne noch. Nächster Zahn, vorletzte Zahn, vorletzte Zahn. Okay, jetzt kommen wir zum letzten Zahn. Okay, der hier. Okay. Jetzt haben wir alle Zähne draußen. Und, wie fühlst du dich? Ja, komisch ist mir klar. Natürlich, du hast jetzt sehr viele Zähne draußen, aber hat irgendwas wehgetan? Hat nichts wehgetan? Okay, das ist schon mal gut, das ist ein gutes Zeichen. Ähm, aber ich hoffe natürlich, dass ich dir gut weiterhelfen konnte. Und, dass ich das gut gemacht habe, hoffe ich auf jeden Fall, dass du zufrieden bist. Ähm, ich kann dir gerne dann hier deine Zähne mitgeben. Willst du die mitnehmen? Okay, auf jeden Fall, du kannst sie sehr gerne mitnehmen. Ähm, ich leg sie dir hier vorne hin, ja, zu dir direkt. Gut, hier, perfekt. Ähm, und dann würde ich sagen, ähm, das war's von mir. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Ähm, okay, was heißt gefallen? Dir hat's wahrscheinlich nicht so gut gefallen jetzt, dass du ein paar Zähne verloren hast. Aber, was kann man machen? Ist halt leider ein Unfall passiert bei dir, ne? Okay. Da kann man leider nicht viel dran machen. Aber gut, schön, dass du da warst. Komm gerne wieder, wenn etwas ist. Und, ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Einen schönen Tag. Ja, ciao, ciao, ciao. Ja, ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.